Nach wie vor gehört das DKB-Girokonto zu den beliebtesten Konten Deutschlands. In diesem Video zeigen wir dir, ob das DKB-Konto auch zu den besten Girokonten gehört. Wir zeigen dir die Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende sagen wir dir, ob sich das Konto für dich lohnt und wie du es kostenlos ergänzt, um das Beste herauszuholen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich Willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gerne einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Mit mehr als 5,4 Millionen Kunden ist die Deutsche Kreditbank AG, kurz DKB, aktuell die zweitgrößte Direktbank Deutschlands nach Kundenzahl. Aber wie gut ist das DKB-Girokonto? Das zeigen wir dir jetzt. Legen wir los. Die Vorteile des DKB-Girokontos Vorteil Nummer 1. Kostenlose Kontoführung ist möglich. Das DKB-Konto kann ohne Kontoführungsgebühren geführt werden, wenn du einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro sicherstellen kannst. Beim Mindestgeldeingang muss es sich nicht um einen Gehaltseingang handeln. Du kannst die Kontoführungsgebühren auch mit eigenen Überweisungen vermeiden. Mit dem regelmäßigen Geldeingang wirst du außerdem sogenannter Aktivkunde und das bringt weitere Vorteile. Welche das sind, das zeigen wir dir gleich. Die Kontoführung ist auch ohne den monatlichen Mindestgeldeingang kostenlos, wenn du unter 28 Jahre alt bist. Vorteil Nummer 2. Kostenlose Visakarte inklusive. Mit dem DKB-Girokonto erhältst du eine Visakarte ohne monatliche oder jährliche Gebühr. Bei der Karte handelt es sich um eine Debitkarte. Alle Zahlungen und Wargeldabhebungen werden also umgehend vom Girokonto abgebucht. Auch eine echte Kreditkarte von Visas zubuchbar. Allerdings kostet die monatlich 2,49 Euro, also 29,88 Euro im Jahr. Nötig ist das aber nicht. Du kannst das DKB-Konto nämlich auch mit unserem Kontounabhängigen Kreditkartentipp aus der Beschreibung ergänzen. Die Visakreditkarte ist kostenlos und kann weltweit gebührenfrei eingesetzt werden. Vorteil Nummer 3. Kostenlos Geld abheben. Bargeldabhebungen am Geldautomaten sind mit der DKB-Visa-Debitkarte in Deutschland und der Eurozone gebührenfrei. Wenn du den monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro sicherstellst und damit Aktivkunde bist, ist Geld abheben sogar weltweit kostenlos. Dann werden weder Auslandseinsatz noch Fremdwährungsgebühren berechnet. Hast du den Mindestgeldeingang nicht, werden beim Abheben von anderen Währungen als dem Euro 2,2% Fremdwährungsgebühren berechnet. Außerdem kannst du mit der DKB-Visa-Debitkarte auch bei DM-Druckeriemarkt-Filialen und Shell-Tank stellen ohne Mindesteinkaufswert und in Aldi-Süd-Filialen ab einem Mindesteinkauf von 5 Euro gebührenfrei Geld auszahlen lassen. Zudem ist eine Girokarte auf Wunsch bestellbar. Wenn du dich für sie entscheidest, werden monatlich 99 Cent berechnet. Mit ihr sind kostenlose Bargeld-Auszahlungen in den Filialen verschiedener Supermärkte wie Rewe, Penny, Netto, Edeka, Aldi-Süd, dem Drogeriemarkt, DM und Tonbaumärkten möglich. Hier gilt ein Mindesteinkaufswert von 10 oder 20 Euro. Vorteil Nr. 4 Hoher Maximalbetrag an Geldautomaten Bei den meisten Konten kannst du maximal 500 Euro pro Tag am Automaten abheben. Die DKB bietet hier die Möglichkeit bis zu 1000 Euro täglich abzuheben. Vorteil Nr. 5 Kostenlose Kartenzahlungen Kartenzahlungen sind in Deutschland und in allen anderen Ländern mit dem Euro als Landeswährung gebührenfrei. Bist du Aktivkunde, hast du also den Mindesteingang von 700 Euro monatlich, sind Zahlungen mit der Karte auch in Ländern mit anderen Währungen kostenlos. Ohne den Aktivkundenstatus werden, wie beim Geldabheben, 2,2% Fremdwährungsgebühren berechnet. Vorteil Nr. 6 Kontaktlos bezahlen Die Visa-Karte ist mit einem NFC-Chip ausgestattet und lässt sich damit zum kontaktlosen Bezahlen nutzen. Beträge bis zu 50 Euro können so ohne PIN oder Unterschrift gezahlt werden. Vorteil Nr. 7 Mobiles Bezahlen mit Smartphone und Smartwatch Mobiles Bezahlen ist sowohl mit Apple Pay als auch mit Google Pay möglich. Du kannst also praktisch jedes Smartphone oder jede Smartwatch mit IOS oder Android dafür nutzen. Die Nutzung von Apple Pay und Google Pay ist kostenlos für Dich. Vorteil Nr. 8 Einfacher Online-Kontowechsel Mit dem Online-Konto-Wechsel-Service kannst Du alle Deine Lastschriften und Daueraufträge auf das DKB-Konto umziehen. Das dauert nicht mehr als 10 Minuten und passiert ganz ohne Papierkram. Der Wechsel-Service kostet Dich keinen Cent. Vorteil Nr. 9 Notfallpaket Eine Besonderheit ist das kostenlose Notfallpaket der DKB. Verlierst Du Deine Visa-Karte im Ausland oder wird sie gestohlen, kannst Du ganz einfach eine Notfallkarte oder Bargeld bestellen. Die Lieferung erfolgt dabei in der Regel innerhalb von 72 Stunden per Kurier. Um den Notfallservice kostenlos nutzen zu können, musst Du Aktivkunde sein. Für alle anderen kostet die Lieferung der Notfallkarte 180 Euro und des Notfallbargelds 150 Euro. Vorteil Nr. 10 Card Control Mit Card Control kannst Du alle wichtigen Funktionen Deiner Karte kontrollieren. So ist die Karte ganz bequem für den Einsatz im Ausland oder auch für Bargeldabhebungen sperrbar. Du kannst die Visa-Karte auch vorübergehend deaktivieren, wenn Du sie nicht benötigst oder sie verlegt hast. Möchtest Du sie wieder benutzen, aktivierst Du sie ganz einfach wieder in der App. Vorteil Nr. 11 Nachhaltigkeit Die DKB investiert in erneuerbare Energien, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser. Ausgeschlossen sind beispielsweise Rüstung, Glücksspiel und Gentechnik in der Landwirtschaft. Die Nachteile vom DKB Girokonto Neben den vielen Vorteilen des DKB-Kontos gibt es aber auch hier Nachteile und die zeigen wir Dir jetzt. Nachteil Nr. 1 Es kann eine Kontoführungsgebühr anfallen. Das Konto ist nur kostenlos, wenn Du unter 28 Jahre alt bist oder einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro hast. Erfüllst Du nicht wenigstens eine der beiden Bedingungen, wird eine Kontoführungsgebühr in Höhe von 4,50 Euro monatlich berechnet. Nachteil Nr. 2 Mindestbetrag beim Geldabheben Für Bargeldabhebungen am Geldautomaten gilt ein Mindestabhebebetrag in Höhe von 50 Euro je Abhebung. Alternativ kannst Du aber bei Shelltankstellen und in anderen Geschäften geringere Beträge gebührenfrei auszahlen lassen. Nachteil Nr. 3 Die Visakarte ist eine Debitkarte Wie gesagt handelt es sich bei der Visa um eine Debitkarte und nicht um eine echte Kreditkarte. Zahlungen und Abhebungen werden also einzeln vom Konto abgebucht und nicht gesammelt nach einem Monat. Einige Autovermietungen akzeptieren nur Kreditkarten. Unter dem Video verlinken wir Dir unsere Kreditkarten Empfehlung, die mit jedem beliebigen Girokonto genutzt werden kann. Sie kommt ohne Jahresgebühr und kann weltweit kostenlos eingesetzt werden. Lohnt sich das DKB Girokonto? Unsere Bewertung Wenn Du den monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro sicherstellen kannst, dann ist das Girokonto der DKB absolut empfehlenswert. Anders als bei anderen Banken reichen hier auch Eigenüberweisungen um die Kontoführungsgebühr zu umgehen. Dabei genügen auch mehrere kleinere Geldeingänge, wenn sie in Summe mindestens 700 Euro betragen. Mit dem monatlichen Geldeingang ist aber nicht nur die Kontoführung kostenlos. Du kannst dann die kostenlos enthaltene Visa-Karte weltweit ohne Gebühren einsetzen, zum Geld abheben und für Kartenzahlungen. Das bietet derzeit kein anderes Girokonto in Deutschland. Den Link zum DKB Konto findest Du unter dem Video. Ergänzend zum DKB Girokonto empfehlen wir Dir noch eine kontounabhängige Kreditkarte, mit der Du weltweit kostenlos Bargeld abheben und ohne Gebühren bezahlen kannst. Einen Link zu unserer Empfehlung für eine Kreditkarte, die Du kostenlos, also ohne monatliche oder jährliche Gebühren bekommst, findest Du unter dem Video. Sie ist ideal, wenn Du beim DKB Konto neben der kostenlosen Visa-Devitt-Karte eine echte Kreditkarte nutzen möchtest. Zum Beispiel bei Autovermietungen und in Hotels weltweit. Ganz ohne Auslandseinsatz und Fremdwährungsgebühren. So kannst Du die 29,88 Euro, die von der DKB für die echte Kreditkarte berechnet werden, ganz einfach sparen. Hat Dir das Video zum DKB Girokonto gefallen? Dann lass uns doch gerne eine Like da. Und wenn Du noch Fragen zum DKB Konto hast, dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.